Ey, ich versteh das gerade nicht. Im Ernst? Das erschließt sich mir irgendwie gerade nicht. Weil hier in der Ecke... Moment, ich kann's kurz mal zeigen. Hier in der Ecke, da hinten, da ist ja auch nochmal ne Münze. Die sehr viel Geld anbringt übrigens, aber ich hab keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Ich hab auch gerade nicht, wie man an das andere Minikit kommt. Ich versteh das gerade echt nicht. Oder kann ich die echt irgendwie erst später holen, wenn ich ein anderes Extra hab? Gibt's irgendwie so ein Extra, durch das ich unendlich lange fliegen kann? Das könnte sein. Das könnte echt sein. Weil sonst ergibt sich mir das gerade irgendwie nicht. Ich find das gerade irgendwie richtig verwirrend, tut mir leid. Kann echt sein, vielleicht gibt's echt später ein Extra, durch das man mit nem Jetpack unbegrenzt lang fliegen kann. Okay, an der Seite kann ich auch nicht laufen. Ähm... Keine Ahnung, wir gehen mal weiter. Ui... Weil macht jetzt irgendwie wenig Sinn, wenn ich jetzt hier noch die Ewigkeiten warte, weil ich hab keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir später noch ein Extra, durch das wir länger fliegen können oder halt unendlich lange. Ich weiß es nicht. Und dann probieren wir das einfach nochmal. Echt komisch. Find ich jetzt ein bisschen verwirrend, muss ich zugeben. Aber da lässt sich nichts machen. Take this! So. Okay, das ist jetzt Wayne. Okay, Bruce Wayne, Bruce Wayne. Ups. Uns fehlen aber immer noch... Drei Stück quasi, also drei Stück müssen wir noch finden. So, dann gucken wir hier mal. Äh... Da oben ist eins. Da oben ist eins. Ah, Tatsache, hier sind echt drei Stück. Okay. Kann ich hier vielleicht mit... Imiya? Ah, schade. Ich hatte die Hoffnung, dass ich da irgendwie hochspringen kann. So, aufs Maul. Ach, die kann ich ja. Genau. So, weg mit dir. Ach, Mann. Mensch. Alter, Darth Maul ist echt so ein... Arschloch. Aber ihr habt es trotzdem geschafft, zum Glück. So, hier nochmal aufs Maul. Aha. Dann holen wir uns das hier. Ach, da währt er sogar ab. Eins noch. Eins müsste hier noch sein. Ja, hier oben. Okay. Interessant. Äh. Okay, da ist das letzte. Sehr gut. Okay. Moment. Dann einmal auf Kurivis wechseln, dass wir da hochhüpfen können. Jawohl. Und das war's. Ups. Noch ein Schlag. Sehr gut. Null Schwerkraftsprung. Okay. Keine Ahnung, was das macht. So. Ein paar Steinchen. Neun Stück. Wie gesagt, wie wir an das letzte kommen, ich habe keine Ahnung. Bin ich zu blöd für. Nichtsdestotrotz. Null Schwerkraft. Ich gucke gerade mal nach, was das macht. Oder ich kaufe es mir mal, wenn es nicht so teuer ist. Okay. Gut, dann können wir auch gleich mit Episode 2 weitermachen. Denn hier haben wir überall die Minikits. Und hier Varié, die haben wir auch. Und die Powersteine. Boah, gibt es hier viel zu sammeln. Das ist ja unfassbar. Ja. Warte, ein 4. Ach, hier hat uns auch noch eins. Ach, der hat ein Pot drin. Genau, ein Pot drin. Aber das kriegen wir auch erst später. Da fehlt uns nämlich noch ein Potracer. Ein anderer Flieger brauchen wir da. Hallo Luke. Ich bin dein Vater. Ähm. Okay. Hinweise, Charaktere... Können wir eigentlich noch ein paar Charaktere kaufen? Wenn sie nicht allzu teuer sind. Äh. Ja. Ach so. Mhm. Han Solo. Kapuze. Rebellentruppe. Rebellenpilot. Schneetruppe. Luke Skywalker. Robot. Ugnaug. Wunderschöner Name. Bespin Wache. Und Prinzessin Leia. Ja, ein paar fehlen noch. Aber wir haben schon einige. Auf jeden Fall. Ah, TIE Fighter können wir hier... Ach, die können wir hier kaufen. Oh. Darth Vader. Nice. Boah, das ist ja cool. Okay, damit hatten wir sogar schon alle Flieger. Nice. Extras. DDD. 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 Umrisse. Mhm. Powerstein Detektor. Superschlag. Bla bla bla. Klar. Ich würde gerne dieses Teil finden, was wir gerade freigeschaltet haben. Aha. Super Lichtschwert. Unbesiegbarkeit. Könnten wir uns sogar kaufen. Aber... Machen wir später. Boah, vierfache Punktzahl. Sechsfache Punktzahl. Kostet 5 Millionen. Hehe. Auch nice. Ich bin anscheinend schon dran vorbei. Piep, piep. Null Schwerkraftsprung. Ah, das ist wahrscheinlich mit den Enterhaken irgendwas. Ich hole es mir einfach mal. Code eingeben. Goldener Stein. Könnten wir noch welche holen. Ich will jetzt zwar auch nicht mein ganzes Geld rauswerfen, aber ich mache es doch. Haben wir schon alle? Okay. Dann aktivieren... Oh, Anakin. Dann aktiviere ich gerade mal dieses neue Extra. Ist jetzt glaube ich nichts Besonderes. Kostet ja auch nicht viel. Aber... Ja. Okay, sehr gut. Wir haben jetzt auch schon 53,6% und wir machen, würde ich sagen, in Episode 2 weiter die restlichen Minikits zu finden. Wie viele fehlen uns hier noch? Acht Stück. Ach du Kacke. Und der Powerstein. Äh... Ach, das... Ach ja. Apropos, wir haben doch jetzt alle... Moment, Moment. Wir können nochmal in Episode 1 zurück. Tut mir leid. Sehr schön. Ähm... Und zwar können wir uns jetzt bei dem Pod Racing... Ja, hier. Hier können wir nämlich jetzt den... Flieger hier nehmen. Ich nehme mal den von Darth Vader. Weil Darth Vader cool ist. Kein anderer Grund. Und dann holen wir uns das letzte Minikit, würde ich sagen. Los! Oh Gott. What the fuck? Wahh. So. Ein bisschen noch da vorne ist es. So, den hätten wir auch schon überholt. Dauert nicht lang. Da ist es. Jawohl! Nein! Ich bin dran vorbei. Ich bin echt schlau. Egal, holen wir uns gleich wieder. Weil da war das letzte Minikit. So, das Level war im Original auch echt schwieriger. So. Äh. Okay. So. Den Warn Jedi haben wir hier sowieso schon. Von daher ist das nicht so wild. Na? Ach du Kacke, ey. Das ist gar nicht so einfach hier aufzuholen. Na, ein bisschen Geld kriegen wir aber auch noch zusammen. Auch nicht schlecht. Ja, doch. Wir kommen ihm näher. Boah. Alter. Cheater. So, jetzt aber. Da ist es, da ist es. Ja! Jawohl, das zehnte. Sehr nice. Sehr, sehr gut. Boah, wie viel Geld wir hier kriegen. Oh Gott. Nein! Lass mich. Zum Glück regenerieren wir Herzen. Unbesiegbar, äh, Unbesiegbarkeit wäre natürlich auch ganz nett. Ganz klar. Aber können wir uns irgendwann mal später kaufen. Ist jetzt nicht so elementar. Na, naja, komm. Machen wir einfach mal fertig. Das Level dauert ja nicht lang. Wups. Boah, aber hier kriegt man echt schnell Geld zusammen. Nicht schlecht. Muss ich mir merken. Also hier kriegt man ohne Probleme echt, äh, 50.000 zusammen auf jeden Fall. Letzte Runde. Die, 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 die. Ups, Geld. Nein! Na, hätte ich noch als Abkürzung nehmen können. Können hier natürlich auch durch die anderen Racer wechseln. Durch den X-Wing einfach. Kein Problem. Und Y-Wing. Und den Millennium-Falk. Natürlich. Haha. Warum auch nicht? Der könnte aber echt praktisch sein. Der ist schön wendig. Und imperialer Shuttle. Na, nice. Boah, wie die abgehen. Wow. Immer locker bleiben da hinten. So. Ich würde sagen. Das hätten wir erfolgreich geschafft. Sehr gut. Und wir haben wieder ein bisschen Geld dazu bekommen. Auch nicht schlecht. Aber das Gute ist, wir haben endlich das letzte Minikit. Da freue ich mich. So. Sehr nice. Und wir kriegen wieder Kohle dazu. Ich glaube 50.000 kriegen wir immer. Ja. Das ist echt cool. So. Jetzt können wir zu Episode 2 rüber. Boah, das ist echt cool. Das ist richtig geil, die ganzen Minikits eigentlich zu finden. Da schlägt das Sammlerherz höher, Leute. Das könnt ihr mir aber glauben. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Gut. Dann ab zu Episode... Na, muss ich jetzt nicht zusammenbauen. Ab zu Episode 2. Und dort machen wir jetzt einfach mal weiter. Hier fehlen uns acht Stück. Okay. Freies Spiel. Ach, das war mit dem... Genau. Na gut. Dann machen wir mal, ne? Stimmt. Das war diese... Ja, ja. Genau die hier. Ups. Leck. Okay. Wah. Alter Schwede. Guckt euch mal an. Die ganzen Minikits. Hier habe ich den Waren Jedi schon. Ja. Okay. Ja. Eins von fünf. Da... Ach, den hier noch? Okay. Alter Schwede. Das ist gar nicht verwirrend. Vier Stück. Ich fliege nochmal kurz zurück. Weil ich anscheinend ein paar Sachen übersehen habe. Vielleicht. Hups. Was hat es damit? Wird auf sich. Ich bin gerade leicht irritiert, muss ich zugeben. Die da oben kann ich auch noch irgendwie zerstören, ne? Moment. Ah, hier. Wie komme ich denn da oben hin? Ja. Ich habe keine Ahnung. Da hinten ist auch noch irgendwas. Ah, hier. Zwei von zehn. Okay. Da hinten ist auch nochmal irgendwas. Moment. Folge gerade nur den Pfeilen. Nicht wundern. Äh, okay. Okay. Ach, hier. Achso. Okay. Ja, gut. Ah, da ist noch eins. Sehr gut. Okay. Ja, langsam, langsam wird es mir klar. Äh. Achso, da kann ich gar nicht langen. Alter Schwede. Ist trotzdem voll verwirrend. Ähm. Ja, achso. Kann ich das da? Okay. Habe ich jetzt auch mal zerstört. Hier müssen wir einfach einen Haufen Sachen zerstören, um die ganzen Minikids freizuschalten anscheinend. Wie ich die Sachen da oben zerstöre, raffe ich aber ehrlich gesagt immer noch nicht. Denn da, genau da oben. Ups, falsche Taste. Äh. Was soll ich denn das zerstören? Die Teile da. Ich habe keine Ahnung. Ach, das ist ja auch noch. Sechs von zehn. Okay. Zwei Pfeile werden mir noch angezeigt. Leute, ey. Das ist so verwirrend hier. Tut mir echt leid. Ich weiß, ich sage hier gerade nicht viel, aber ich konzentriere mich gerade darauf. Alter, das sieht ja voll verwirrend aus. Allein das Level an sich verwirrt mich schon. Alter Schwede. Ja. Ich kann auch nicht irgendwie höher, ne? Die Teile da soll ich ja anscheinend zerstören. Okay. Ich drücke gerade mal alle Tasten durch. Ah, vielleicht hier mit. Moment, ich probiere es nochmal. Ja, gar nicht verwirrend gerade. Ach, hier? Ne. Die kann ich auch einfach zerschießen. Moment. Ah, ich hätte fast gedacht, die kann man jetzt irgendwie mit diesen Energiebällen da zerstören. Hätte ja sein können. Das war's.